Ach man, Zombie, du tust mir ja leid da gegen die Strömung. Das ist ja kein schöner Anblick hier. Komm her. Na komm. Einmal zum Fertigmachen, einmal zum Rasieren, bitte. Ja, und noch einmal. Zack, so, bitte. Ach, den wollte ich doch gar nicht haben. Oh, es leckte. Ja, oder mache ich das Ganze nicht ganz so aufwendig, wie ich mir gedacht habe? Doch eigentlich möchte ich das gerne. Ich glaube, ich möchte das irgendwo, irgendwo auch hier in der Nähe haben. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen, ein bisschen hier verteilen an, ähm, an, und an, an Cleanstone und an Erde. Zwar ungefähr, ich frage mich jetzt nicht so genau, was das werden soll. Ganz genau kann ich euch das auch noch nicht so sagen. Ich weiß nur, hier muss Erde hin. Ich hab das so im Gefühl. Zack, 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 zack. Oh, ich hab viel zu wenig Erde dabei. Naja, das macht nix. Ich kann ja nochmal rennen. Kenn ich ja schon. Ja, Muku, okay, danke. Du bist ja eine treue, liebe Seele und tot. Oh, keine Erde mehr. Dann renne ich nochmal kurz. Jetzt nehme ich mir mal ein bisschen mehr Erde mit. Und dann nehme ich mir vielleicht auch noch ein paar mehr Cleenies mit. Und dann nehme ich mir noch eine Werkbank mit. Werkbank mit. Na, dann nehme ich mir gleich zweimal mit. und clean stone was hat denn da material 2 habe ich davon das ist eine kiste die ist da das ist da eine werkbank nehme ich mir mal mit und dann nehme ich mir noch redstone mit die mache ich denn noch wenn ich die sowieso habe wo kommst du denn her von unten ist aber echt intelligent geworden da muss ich ja noch mal unten irgendwie doch das dicht machen redstone das habe ich dann im zweifel für repeater ich weiß auch da nicht mehr genau wie das funktioniert mit den repeatern das kann ich gleich noch mal gucken ich bin mir nicht ganz sicher aber ich könnte mir vorstellen dass das reicht ja wie sieht das hier aus ist das wirklich so schlimm das ist doch wieso kommen die hier rein vielleicht hier irgendwo her aber da fehlt noch ein bücher regal ok und hier vielleicht noch irgendwie so ein hier sehe ich aber gar keinen gar kein zombie da auch nicht ja gut die werden schon hier lang irgendwie reinkommen das ist schon relativ klar aber das wird ja demnächst auch besser und hier geht ja die out sparen raus zum großen loch dann demnächst unterirdisch und hirdisch so gibt mir mal bitte die tier so da muss ich jetzt mal bisschen kreativ sein so zack 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 ja das soll nämlich etwas höher werden ich weiß gar nicht wie weit ja ich mach das jetzt erstmal hier so ich hab viel zu wenig erde ich hab ja viel zu wenig erde egal egal und das nächste erdpaket so 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 dahin 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 da und 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 noch eben den rest auffüllen So, dann kommt hier nachher noch irgendwo was oben drauf. Das mache ich erst zum Schluss. So, jetzt brauche ich mal eben Clean Stone. Und zwar muss jetzt welcher aus Clean Stone? Nehmen wir mal eben. Das muss ja auch nicht alles gerade sein. Ich sage mal, hier kommt ein Clean Stone. Hier. Ja, da auch. Da. Der kommt wieder weg. Schön, dann habe ich auch ein Kabel. Dann kann der da auch nochmal weg. Wie weit müssen wir das denn machen? Da kommen immer zwei pro... zwei pro Dingens bei rum. Äh, zwei pro... ähm... äh... Zuckerrohr, wenn ich die richtig absemmle. Semmle. Und das heißt... Wenn ich da sieben Stück mache, hätte ich mit einem Rutsch 14. eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich will es auch nicht übertreiben eigentlich. Ähm... Zack, sechs. Jetzt habe ich natürlich den fatalen Fehler gemacht. Dass ich, äh... nicht aufgepasst habe. Ich hätte erst diese... Vielleicht nehme ich auch lieber dann die Sticky Pistons. Ist vielleicht auch noch ein bisschen eng dann, ne? Aber wenn ich den Stein da... Aber wenn ich den Stein da... Ah ja, egal. Dann ab wieder weg damit. Zack. Was soll's? Ich weiß, wo ich neuen Cleanstone kriegen könnte, wenn ich ihn bräuchte. So. Äh... Da kommt die Pistons. Da kommt die Pistons. Jetzt mal im Gucken. Pistons. Stein. Zuckerrohr. Abfluss. Oh. Ein weiter nach da wäre, glaube ich, auch okay. Ist das jetzt noch okay von dem... Ja, geht. Den da noch weg zu. Äh... Ein Pisten. Zwei Pisten. Drei Pisten. Vier Pisten. Fünf Pisten. Sechs Pisten. Sieben Pisten. Stein. 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 Ach, da muss ja auch noch die Leitung hin. Mist. 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 Dann kommen da halt die Leitungen hin. Ach, die brauchen ja noch mehr Platz. So ein Mist. Ah, Mann. Ah, wieder was mit dem Platz hier. Das ist ja echt ein bisschen eng alles. Okay, dann machen wir das mal anders. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sitzt dann halt nur... Dann halt nur sechs. Dispenser. Wie mache ich denn... Quatsch, Dispenser. Repeater. Repeater. Repeater waren, glaube ich... Oh Gott. So. Ach doch, das gucke ich mal eben kurz nach. Wie ging denn noch ein Repeater? Irgendwo habe ich doch ein Repeater. Nanu, 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 Repeater. Wie war denn so? Ah, so, okay. Gefunden. Das ist natürlich... Da werde ich jetzt noch nicht ganz so viel mit. Und ich glaube, das war dann aber mit Cleanstone, ne? Dann machen wir wenigstens mal zwei. Das fehlt mir jetzt noch. Das fehlt mir noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gib mir bitte mal zehn Redstone Torches. Jetzt da. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Ich zähle irgendwie echt komisch heute, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zack, so. Wie auch immer das dann nachher ist, die... Zack. Repeater. Bitte aufnehmen hier. Setze ich dann schon mal. Eins, zwei, drei, sechs, 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 sechs. Das soll dann nachher verschieben. Dann muss da bitte mal ein bisschen, dass das so ein bisschen so ist. Zack. So. Dann können wir da noch mal ein und da ein und da vielleicht noch. Da kommt nachher noch ein bisschen Erde wieder drüber. So. Ja, und da auch. Und jetzt gehe ich noch mal eben schnell wieder hoch nach oben. Schnell, habe ich gesagt. Schnell hoch nach oben. Tut, 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 tut. Schnell da. Und schlafen. Prost. Streng können. Okay, und wieder... Ach nee, stopp. Wir haben ein Skelett gehört. Ich vermute mal, dass das irgendwo bei mir in der Nähe ist. So, die Erde nehme ich noch mal mit. Habe ich noch Clean... Cleanies? Mehr Cleanstone habe ich nicht. Dann müsste ich gleich sowieso noch mal. Aber ich glaube, ich brauche auch gar nicht mehr so viel. Zack, 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 zack. Ich hätte natürlich schlauerweise auch gleich, und das mache ich jetzt auch noch, solange ich noch hier oben bin, mir mal eben zwei Eimer mitnehmen können. Und ein paar... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs sollten ja erst mal reichen. Ja, es wird halt eine sehr kleine Zuckerrohr-Dingens da. Aber ich brauche ja im Prinzip auch kein Zuckerrohr mehr. Das ist ja jetzt mehr so, nur so mehr da, um mal so ein Ding überhaupt mal zu machen. Ich habe es noch nie gebaut. Und wenn ich hier jetzt schon mal bin, wieder... Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Es scheint keines der Hühnchen weggestorben zu sein. Wäre auch schade gewesen. Sechs Eierchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Das lasse ich noch mal auf. So, hier wächst nachher, wächst das Ding ein. Das braucht Wasser ja auf jeden Fall, ne? So, das Wasser soll natürlich hier irgendwo so lang fließen nachher. Eigentlich mehr so an so einer Sammelstelle. Hm, 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 wenn ich das jetzt so mache. Hm, nee, das geht nicht. Hm, na ja, okay. Und dann muss ich mal gucken, ob ich da gleich, äh, wachs... Die wachsen eigentlich auch auf Erde, ne? So, okay, dann landen die halt da. Dann vergessen wir das mal mit der Sammelstelle. Und machen das hier einfach. Gehen dann mal wieder weg. Oh, nee, den lasse ich mal. Soll ja auch nicht zu künstlich aussehen. Wobei das das tut, weil das Wasser in die falsche Richtung fließt. Wo kommt denn das Wasser noch her? Da muss ich hier mal eben so ein... Clean Stone Erde irgendwas Quell bauen. Dafür muss aber das Ding hier nochmal weg. Äh, da muss doch irgendwo so ein... Hä? Na gut, dann kommt halt der ganze Baum da weg. Dann ist das so. Dann ist das so. Ich muss ja hier nachher sowieso noch pflanzen. Kann ich da ja wieder was Neues hinpflanzen? Habe ich bitte noch eine Axt? Jawohl. Haha. So, und dann kommt das Ding da auch nochmal eben weg hier. Weg, weg. Und der auch. So, den Blättern mache ich mal. Ich habe keine Schere. Ich habe auch eine Schere dabei. Zack, weg, weg, weg. Weg, weg hier. Weg. Ihr seid alle im Weg. Alle seid ihr im Weg. Ihr stört nur. Zack, weg. So, der kann da bleiben. So, da. Du darfst. Oh, ein, ein, ein Dschungel, ein, ein Dschungelbaum da gegen Zombie-Fleisch mal eben getauscht. So, hier kommt jetzt eine kleine Quelle hin irgendwie. Ähm, ich sag mal, das kommt von hier dahin. Kann dann hier so. Kann hier noch so ein Stein und da kann meinetwegen auch noch einer hin. So, ein bisschen felsig das Ganze. Statt der Schere brauche ich mal bitte, äh, das hier. So, hier kommt noch ein bisschen mehr Erde hin. So. So. So, alles dicht schön bauen. Das soll ja nachher auch so ein bisschen natürlich aussehen. Tut es nie, aber macht ja nichts. Es soll trotzdem. Und da machen wir auch nochmal Erde. Zack, zack, zack. Oh, hier muss aber noch jede Menge Erde hin. So. Hier muss ja nachher sowieso noch was drauf. Das lasse ich jetzt mal. Hier soll das Wasser nachher rauskommen. Dann geht mir nochmal bitte den Eimer, einmal, einmal, einmal ein. Was passiert, äh, wenn ich das... Ich mach das jetzt da mal eben so halb dicht. So, dass ich mir ungefähr vorstellen kann, wie das dann nachher ungefähr aussieht. Was passiert, wenn ich den da jetzt reinmache? Na ja, ist jetzt keine wirklich schicke, äh, irgendwie, gebaute. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Kann ja noch werden. So, zack, 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 zack. Ja, schick ist was anderes, aber hey. Schick ist echt was anderes. Machen wir den nochmal aus, äh, Stone. Und dann mit der Erde noch so ein bisschen hier so, hier nachher noch ein bisschen drüber, rüber. Und da dann noch so, zack. Und dann den Rest muss ich nachher mal gucken. Soll ja, sei ja so ein bisschen, ja, das geht aber. Wenn das hier dann nachher noch zu ist und Bäume drauf und hier dann guckt, dann kommt das da quasi aus so einem, aus so einem Felsen raus. Wo ist noch so eine Quelle, damit das da nicht ganz so konstruiert aussieht, was es natürlich trotzdem ist. Und, ähm, jetzt müsste ich nur mal wissen, ob Sugarcane denn eigentlich auch irgendwo auf, auf Erde wächst. Oder, ich meine ja, ne. Ich meine, das wächst auch auf Erde, also auf, auf, auf Dirt. Das heißt, ich pflanze da jetzt mal meine... Ja, jetzt sehe ich natürlich ein, dass ich hier einen Fehler gemacht habe. Das sehe ich jetzt sehr wohl ein, aber ich kann das hier nicht höher machen, also muss das hier einen tief machen. Also muss der da auch bitteschön ein tief fern. So, und den da bitte auch noch. Und dann muss jetzt wohl die... Was ist das? Wasser da nochmal weg. Ja, es ist aber immer noch völlig im Bereich dessen, was okay ist. Und dann machen wir den da auch nochmal irgendwie weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Weil ich darf ja den untersten nicht mit weg, äh, nicht mit wecken. Ähm, also wegmachen. So, dann, um das mal zu Ende zu bauen, mache ich das hier nochmal eben kurz weg. So, und jetzt sag mir mal bitte einer, wenn ich den da wegnehme, geht der auch weg. Okay, das ist also nicht möglich. Wie funktioniert denn, wie ist denn das jetzt bitte, wenn ich, äh... Da vielleicht, ich weiß das immer nicht mit dem Redstone, wann das wie funktioniert und wann wo nicht. Wenn ich jetzt hier nur so eine Leitung lege, dahin meinetwegen, gehen wir eben weg da. Und da jetzt eine andere Redstone-Fackel, ich habe keine Redstone-Fackel mehr. Ja, oha, und wird das schon wieder dunkel? Nein. Dann müssen wir eben ganz schnell noch eine Redstone-Fackel bauen. Ein Redstone, ein Fackel, zack, eine Redstone-Fackel, bitte dacke. Zack. Dödödödödödödöd. So, aber das funktioniert jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit nicht. Nein, das hatte ich mir gedacht. Okay, dann kann ich den Müller ja auch wieder wegmachen. Zack, gib mir das alles wieder, bitte. Ich habe es nicht so mit dem, ich habe nicht so viel Redstone. Das bedeutet dann, dass ich die Leitung irgendwie anders verlegen muss. Das bedeutet auch, dass ich die Leitung, wenn es ganz doof läuft, hier drauflegen muss. Muss, oh Gott. Ja, dann gib mir mal eben, macht der das oder muss das? Das funktioniert, Gott sei Dank. Dann ist es nicht ganz so dramatisch schlimm. So, wo soll denn jetzt mal ein Schalter sein? Ein Schalter wäre hier eigentlich ganz nett. Das geht leider nicht. Dann mach ich, ja, ich finde schon noch einen Platz für den Schalter. Dann mach ich den Schalter halt da dran. Und da liege ich schon mal eine Redstone-Leitung drunter. Dödödödödödödöd. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Herr Sommer und der red, rote Stein. Ja. Zack. So, ein Schalter. Ein Schalter kann ich, ein Schalter kann ich mir doch, glaube ich, so bauen, ne? Mach ich einen Schalter oder mach nome in Hebel? Ich glaube, ein Hebel ist besser, ne? Nee, Schalter reicht. Schalter müsste reichen. Oh, es wird schon wieder dunkel, wa? So, dann kann da aber nochmal eben so ein... Der kann weg. Wird doch noch gar nicht dunkel. Doch, wird dunkel. Ohlala. Ab nach Hause. Ab, 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 ab. Nach Hause, nach Hause. Herr Sommer, nach Hause rennen. Herr Sommer, nach Hause rennen. Schlafen und trinken. So. Kein Creeper in Sicht. Juhu. Weiter geht's. Ich bin ja mal gespannt auf das, was da so... Was ich da so fabriziere. Bin ich ja mal ein bisschen gespannt, ob man hier noch so ein Ops... Es leckt schon wieder. Ich werde jetzt mal einmal folgendes machen. Ich werde jetzt mal ganz kurz die Aufnahme beenden.